Gemeinsam ziehen sie in den Peter-Kampf. Daniela Katzenberger steht Mutti Iris Klein zur Seite. Bitte nicht mit Messern oder Eiern schmeißen. Daniela Katzenberger, 37, gibt Mutti Iris Klein, 56, einige gut gemeinte Peter Klein Benimmregeln mit auf den Promi Big Brother Weg. Promi-BB-Benimmkurs für Iris Klein. Daniela Katzenberger gibt ihrer Mutti Trash-Tipps. Iris Klein und noch Ehemann Peter, 56, unter einem Satz-Eins-Dach. Das verspricht jede Menge Krawallpotenzial. Auch Töchterchen Daniela Katzenberger ist besorgt angesichts der drohenden TV-Eskalation bei Promi Big Brother. Ich weiß, warum die zusammengecastet wurden, jetzt für eine Staffel. Die wollen halt, dass es da richtig scheppert, plaudert Dani via Instagram aus. Aus diesem Grund habe die TV-Blondine ihre Mutti ein bisschen gebrieft und ihr ein paar Verhaltenstipps mit auf den Weg gegeben. So hoffe sie, dass Mama Iris eine bisschen längere Zündschnur hat als sonst, sich irgendwie im Griff hat, dass sie da nicht mit Messern schmeißt oder mit Eiern und beide lebend den Container verlassen. Big Brother ist halt Fluch und Segen gleichzeitig. Man kann sich richtig selber in die Pfanne hauen oder man kann halt auch vieles gerade rücken, zurecht rücken, mal den Leuten eine andere Seite zeigen. Und das ist eigentlich das, was ich mir von ihr wünsche, so Daniela Katzenberger. Ob die Katzenmutti die Tipps von Töchterchen Dani beherzigt? Wir werden sehen. Vielen Dank.